Das war's für heute. meint das Geschenk der Riesen. Da ich so viel zwischen den Delpen gereist bin, dachten sie, das wäre praktischer für mich. Als ein Kristall, den ich verlieren könnte. Hat's weh getan? Nein, ich hatte mich in weiser Voraussicht mit 16 hunkten Agirstöchter Bier gewappnet. Im Rausch habe ich sogar versucht, die Riesen zu überzeugen, sie in meine Brustwarzen zu setzen. Hätte sie fast überzeugt. Stell dir das mal vor. Wie mir mit Bierfrästnippeln. Das war noch Zeit. Schon gut, Junge. Ich höre jetzt auf. Oh, ich warst bloß auf eine Wanderung durch die Hitze. Was? Oh, ich höre jetzt. Hell, ich elbe Power- panium. Ich höre jetzt hier mit raus! Ich höre jetzt. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Warum nicht? Trauben von rechts! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das kriegen wir besser hin. Das kriegen wir später. Auf ein neues. Jawohl. Draugen, rechts. Draugen, rechts. Draugen, rechts. Draugen, rechts. Draugen, rechts. Das ist das. Ich bin der Rest, Bruder! Das war's für heute. Das ist ein guter Wettbewerb. Es kommen noch mehr! Es kann losgehen! Oh! 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 Schau! Untertitelung des ZDF, 2020